Ist das nicht wunderbar, so wäre es wunderbar. Komm, wir feiern jetzt den Weltmokal. Wenn ich jetzt, wann dann? Wenn ich hier, sag mir wo und wann. Wenn ich hier, wer sonst? Es wird Zeit, komm, wir weben das Glück. Wenn ich jetzt, wenn ich hier, wer sonst? Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den Frieden, Gott, und haben auch immer groß. Wir leben rückwürgmorgen, so schnell verjähnt die Züge. Erländ mal ein Seuhe, wir leben der Oger. Und der, Augenblick, der ist genau, yes, da sind wir dabei. Ja, das ist prima, prima, Corina. Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Die trauen an den lieben, Gott, und haben auch immer groß. Hallo, ich bin jetzt, der Henning. Zusammen mit dem Jens hier in Kölner im Paragraf. Wenn wir schon mal in München sind, ja, leben dort nichts anderes. Es ist eine heilige Pflicht, dass wir hier bei den ganzen Kölnchen Nasen mal vorbeischauen, unsere leckeren Kölnchen trinken und hier hier das Himmel und Ät mit Flönt. Ganz lecker. Sehr lecker. Hallo, ich bin der Joachim, einer der Wirte vom Kölner im Paragraf. Und ich bin der Richard, der andere Wirt vom Kölner im Paragraf. Wir zwei machen hier die Nummer Köln in München. Mit allem drum und dran. Essen, trinken, Party jeden Tag. Das hört mir nichts an. Okay. Und heute sind die Höhner bei uns zu Gast. Ja, die Höhner spielten heute live drei wunderschöne Titel von ihrem großen Repertoire, was sie haben. Das ist scheiße. So ohne Vorbereitung ist es halt immer sehr schwierig, ein bisschen was zu erzählen. Aber wir, die wollen halt den Münchnern hier ein bisschen Kölner Kultur und Kölner lebenslos beibringen. Lebensweise, Kölsch essen und sowas wollen wir natürlich auch mit. Das ist das, wir sind die Einzelnen, wo man Kölsch essen kann in München. Genau aus diesem Grunde gibt es das Kölner Paragraf. Die Oase für die Rheinländer. Genau. Ja, das ist das Kölner Paragraf. Vielen Dank.